Hallo und herzlich willkommen zu diesem Sound-Grundlagen-Tutorial. In dieser Folge geht es um, was ist Dynamik, Lautheit, Lufts, Kompressoren und Expander. Legen wir doch einfach mal los. So, was ist eigentlich Dynamik? Im Prinzip ganz schnell erklärt. Es ist der Unterschied zwischen dem leisesten Ton oder Signal und dem lautesten Ton oder Signal. Das heißt, der Abstand zwischen dem leisesten und dem lautesten beschreibt die Dynamik. Das hat nichts mit der Lautstärke an sich zu tun, das ist einfach nur der Unterschied zwischen diesen beiden Extremen. Um das mal zu demonstrieren, habe ich hier mal so einen Clip gemacht, erstellt. Und der klingt jetzt so. Und wie ihr hören könnt, sind die Noten unterschiedlich laut. Ich schalte unten mal die Velocity ein, also die Anschlag-Lautstärke hier. Und dann sieht man gleich, okay, die sind wild durcheinander, oben ist laut, unten ist leise und so geht das hier die ganze Zeit durch. Das heißt, die Dynamik von dem Stück wäre im Prinzip zwischen hier oben ungefähr und hier unten. Und das dazwischen, das ist die Dynamik im Endeffekt. So. Und um das noch so ein bisschen deutlicher darzustellen, gehe ich jetzt einfach mal hin und öffne hier einfach mal das Velocity-Fenster. Und an diesem Fenster wäre jetzt hier auf der linken Seite absolute Stille, also null oder beziehungsweise nicht null, sondern Minuswert. Und auf der rechten Seite ist die absolute Lautstärke, also lauteste Signal, was wir kriegen können. Jetzt sieht man schon hier, dass die Töne hier schön verteilt sind. Wenn ich die jetzt hier so ein bisschen rumschiebe, sehe ich auch, wie die sich hier so in dem Fenster hin und her bewegen. Das heißt, das hier, dieser Bereich hier, das ist meine Dynamik. Die Lautstärke ist die Gesamt-Lautstärke, die ich hier habe. So, und jetzt kann ich zum Beispiel hingehen und die Dynamik verringern. Das heißt, ich mache einfach den Abstand zwischen dem leisesten und dem lautesten Ton einfach kleiner. Und das sieht man hier auch schön, wenn ich den sogenannten Spread kleiner mache, dann geht dieser gesamte Bereich kleiner. Und man sieht auch schön an den Velocity-Einstellungen, dass die alle näher aneinanderrücken, bis sie zum Schluss alle auf einer Linie sind. Und wenn ich die jetzt auf ganz laut stelle, dann klingen die alle wieder gleichmäßig. So, und jetzt kann ich zum Beispiel hingehen, mache die mal vielleicht nicht ganz so laut, packe die hier hin und stelle die jetzt einfach mal um, während die spielen. So. und jetzt mal stranger klingen. Das heißt, hier habe ich jetzt eine riesen Dynamik und um auch die leisen Tone hören zu können, müsste ich ziemlich laut aufdrehen, hätte aber auch den Nachteil, dass die lauten Töne extrem laut rüberkommen. So, das ist erstmal so im Groben die Dynamik, die jetzt erstmal nichts mit der Lautstärke zu tun hat oder relativ wenig mit der Lautstärke zu tun hat. Aber kommen wir jetzt einfach mal zur Lautstärke und da blende ich jetzt einfach mal ein paar Folien ein, nämlich es gibt einen Unterschied zwischen Lautstärke und Lautheit. Lautstärke ist das, was wir angeben oder was wir drehen am Lautstärkeregler. Lautheit ist die empfundene Lautstärke und da gibt es ein Diagramm, das immer wieder gezeigt wird und immer wieder genannt wird von Fletcher Manson oder Robinson-Detson. Dazu habe ich ein eigenes Video gemacht, was ist Sound, da erkläre ich das auch nochmal so ganz genau. Und daraus resultiert auch so ein bisschen ein Problem, nämlich lauter ist besser. Und da kommen wir auch gleich mal noch dazu. Gehen wir erstmal ganz kurz durch die Lautstärke Einheiten. Lautstärke Einheit ist Dezibel und in der digitalen Musikproduktion reden wir immer von Dezibel FS, also DBFS Full Scale. Das heißt, die Obergrenze an Dezibel, die wir in der digitalen Musikproduktion nehmen, ist die Null. Und ab der Null geht es immer in Minuswerten runter. Das heißt, je leiser, desto höher ist der Minuswert. Dann gibt es noch den DBSPL, der Sound Pressure Level, das war früher die Einheit Phone. Dann gibt es noch DBTP, das ist Dezibel True Peak. Das wird beim Mixen ein bisschen wichtiger, spätestens beim Mastern relativ wichtig, wenn es um Peaks geht, also Lautstärke Ausschläge. Die unter Umständen zur Verzerrung führen. Ist aber ein ganz ganz eigenes Thema. Und dann gibt es noch den Crest Faktor. Und der Crest Faktor, das zeige ich hier jetzt mal. Der Crest Faktor ist zum Beispiel, wenn ich so eine Kurve hier habe, beziehungsweise so eine Wellenform hier habe. Und dann ist der Crest Faktor nämlich der Bereich zwischen dem ganz dichten Bereich hier, dazwischen ungefähr, und dem Maximum, das ich hier erreichen kann. Das heißt, diese ganzen einzelnen Ausschläge, die ich hier habe, die gehören zu diesem Crest Faktor. Je geringer der Crest Faktor ist, desto lauter wird dieses Stück wahrgenommen. Desto weniger dürfte die Dynamik sein, desto geringer dürfte die Dynamik sein. Und je größer dieser Crest Faktor ist, desto eventuell leiser ist das Stück. Ist nicht unbedingt gesagt. Und desto höher ist der Dynamikumfang. So, gehen wir aber nochmal zurück zu unseren Lautstärke Einheiten. Und zwar waren wir ja schon bei den Dezibels und kommen jetzt zu den LUFS. Was ist LUFS? LUFS heißt Loudness Relative to Full Scale. Und in LUFS werden drei Werte immer angegeben. Der erste Wert ist Momentary Max. Das ist immer ein Bereich von 400 Millisekunden, der da betrachtet wird. Dann gibt es den Short Term Wert, der ist bis zu drei Sekunden. Und dann gibt es den Integrated Wert, der auch Loudness Range Array genannt wird. Das ist die komplette Länge des Stücks, das betrachtet wird. Diese drei Werte gibt es insgesamt. Und warum gibt es LUFS? LUFS betrachtet dieses Lauter ist besser Problem von der Seite des Hörers. Und zwar, wer ein bisschen älter ist, kennt das Ganze noch, wenn man früher Fernsehen geschaut hat und hat eine Sendung geguckt und die wurde unterbrochen durch Werbung, war die Werbung irre laut. Und man musste den Fernseher immer leise drehen. Und wenn dann die eigentliche Sendung wieder loslegte, musste man wieder laut drehen, weil man hat nichts mehr verstanden, war alles viel zu leise. Und da hat 2012 die EBU, die European Broadcasting Union, also die Europäische Rundfunkunion, eine Empfehlung R128 rausgegeben, wo sie beschrieben hat, wie man zu einer einheitlichen Lautheit kommt. Sodass man nicht ständig am Gerät hin- und herdrehen musste, um eine normale Lautstärke zu bekommen oder eine gleichmäßige Lautstärke zu bekommen. LUFS sind auch sehr wichtig für die Streaming-Plattformen, weil unterschiedliche Streaming-Plattformen haben unterschiedliche LUFS. und das kommt dann, das hat halt damit zu tun, wenn ich jetzt einen Track sehr laut produziere. Das heißt, ich habe nur noch ganz wenig LUFS, sagen wir mal, ich habe jetzt nur noch minus zwei LUFS, das wäre extrem. Und die Streaming-Plattform sagt, okay, weil ich ja meinen Konsumenten eine einheitliche Lautstärke bieten möchte. Also so, dass wenn die jetzt Fahrrad fahren und die hören jetzt gerade einen schönen Song, dann kommt der Nächste und der knallt denen tierisch in die Ohren, dass sie nicht vom Fahrrad runterfallen, zum Beispiel, sagen die, wir haben eine Maximalgrenze an LUFS. Und wenn jetzt die Streaming-Plattform eine LUFS von minus 16 zum Beispiel hat, du hast deinen Track bei minus zwei gemixt, dann wird die Streaming-Plattform deinen Track leiser machen. Und dann läufst du nämlich genau in diese Falle rein, dass lauter besser ist. Das heißt, wenn dein Stück, wenn man jetzt das Experiment machen würde, nimmt dein Stück und behauptet einfach, das eine ist anders gemischt als das andere und spielt dir jetzt jemanden vor. Und den einzigen Unterschied, den man macht, dass man einmal das Stück leiser abspielt und einmal lauter, werden die meisten Menschen sagen, das lautere Stück ist das besser abgemischte Stück, obwohl es exakt das identische Stück ist. Das versucht man so mit LUFS ein bisschen zu relativieren. Und dann kommen wir noch zu den Geräten, mit denen man Dynamik bearbeitet. Das eine ist ein Kompressor, der verringert die Dynamik. Das heißt, diese Unterschiede zwischen leiser und laut macht er einfach geringer, sodass ich zum Beispiel jedes Detail hören kann. Und bei den Kompressoren gibt es mehrere Varianten. Es gibt welche, die machen nur eine Upward-Kompression. Das heißt, Entschuldigung, die machen eine Downward-Kompression. Das heißt, hohe Pegelausschläge reduzieren die einfach, damit das nicht so mega laut ist. Dann gibt es Kompressoren, die machen eine Upward-Kompression. Das heißt, wenn der Pegel sehr, sehr niedrig ist, dann verstärken die den Pegel, sodass ich wieder in diesen Bereich meiner Dynamik, die ich erreichen möchte, reinkommen. Das heißt, wenn der Pegel hier unten ist, macht er den einfach lauter und genauso oben. Und dann gibt es die meisten Kompressoren, die in beide Richtungen gehen. Also laute Pegel werden leiser gemacht und leise Pegel werden lauter gemacht. Und das zweite Gerät, mit dem man Dynamik bearbeitet, hauptsächlich sind die Expander. Und die machen im Prinzip das Gegenteil von einem Kompressor. Die erweitern die Dynamik. Statt verringern, erweitern die Dynamik. Und zwar gibt es eben auch die Downward-Expander, die machen leise Geräusche oder leise Töne noch leiser, laute Gerüne, den Upward noch lauter und eben dann wieder Down und Upward in beide Richtungen. Leise Töne leiser, laute Töne wieder lauter. So, und das Ganze demonstriere ich euch hier auch noch mal ganz kurz. Nämlich hier mit dem, mit diesem Stück. Ich habe jetzt einfach noch mal das Stück von vorhin genommen. Das hier. Und habe hier jetzt einfach mal den Dynamik eingeladen. Das ist ein Kompressor und ein Expander in einem. Und zeige jetzt einfach mal so auf die Schnelle, wie das sich dann anhört. Das heißt, ich habe hier eine ganz normale Wave-Datei. Und wenn ich den jetzt hier nach unten drehe, das ist jetzt schade, dass das genau das Fenster drüber ist. Aber man sieht hier, wie dann diese Ecke hoch und runter geht. Ich kann das, glaube ich, auch noch mal, schieben wir das mal hier rüber, ich kann das hier auch mal, dann sieht man das auch schön. Das heißt, wenn ich den Kompressor nutze, dann schiebe ich das nach oben. Das heißt, leise Töne werden dann automatisch verstärkt. Wenn ich den im Expander-Modus benutze, das wäre meine normale lineare Lautstärke, da würde er gar nichts machen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass er leise Töne noch leiser macht, dann drehe ich den einfach nach unten und die leise Töne werden auch leiser. Das heißt, ich muss natürlich auch eine Grenze hier einstellen, wann er was macht oder wann er überhaupt einen Ton anfasst. Und wenn ich das jetzt einfach mal laufen lasse und mit dem Regler hier rumspiele, werden die leisen Töne jetzt gleich etwas lauter. Und jetzt drehe ich das ganze Ding runter. Und da hört man schon, dass manche Töne einfach noch leiser sind als vorher. So, und das gleiche kann ich natürlich jetzt machen mit den lauten Tönen. Ich kann die jetzt natürlich auch lauter machen beziehungsweise auch leiser machen. Wenn ich das jetzt hier abspielen lasse... mache ich die lauten, ganz lauten Töne leiser. Hier sehe ich ja auch schön, wie er das leiser macht, wie er das drückt. Hier auch an diesem Meter hier nochmal. So viel macht er die lauten Töne leiser. Oder ich drehe ihn als Expanter und mache die lauten Töne noch lauter. Und dann sehe ich hier, wie er die lauten Töne noch lauter macht. Und sehe hier auch, dass die nach oben gehen. So, das ist erstmal so der grobe Überblick. Ich hoffe, du hast verstanden, worum es bei Dynamik geht, was Dynamik ist. Warum die verschiedenen Dezibelbegriffe gut sind zu wissen. Vor allen Dingen, warum es gut ist, zu wissen, was LUFS sind oder ist. Und warum man darauf achten sollte, gerade wenn man seine Tracks veröffentlichen möchte. Warum es ein lauter ist besser Problem ist. Ihr könnt es ja gerne mal bei euren Bekannten und Freunden ausprobieren. Und es ist leider erschreckend, wie sehr das stimmt. Und ja, wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, wenn ihr das eh nicht schon hattet. Kommentiert gerne. Ich freue mich über jede Kommentare und versuche auch alles zu beantworten. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bald mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.